Ich bin euer Rabanne Becker, neben mir ist meine Frau. Und ich bin die Aysen. Aysen. Hallo, hallo. Aysen. Aysen. Ist nur eine Abkürzung, nur das. Sie heißt ja wirklich Asuna. Kein Kommentar. Wie habt ihr gelernt zu kämpfen? Mein Bruder brachte es mir bei, als wir noch klein waren. Er glaubte, die Armbrust wäre die ideale Waffe für mich, weil sie einem Zeit verschafft, wegzulaufen. Falls etwas schief geht. So viel Vertrauen hatte er also in eure Fähigkeiten, hm? Ach, er machte sich einfach Sorgen um mich. Ich nehme an, ihr wisst nicht, wie sehr Familie verbindet. Und wo hält sich dieser Bruder auf, der sich euch so verbunden fühlt? Oh, noch immer im Königshafen. Ich vermute, er wird noch lange Zeit dort sein. In Friedrichshafen. So, wir haben mit der einen Mission, die letzte, endlich mal geschafft, zu Ende gebracht. Jetzt geht es darum, der Cain ist tot. Und die Magda, oder wie die heißt, hat den Fremden entführt. Soll ja anscheinend ein Engel sein. Und jetzt sollen wir hingehen und dem Zirkel folgen. Betretet die Hulde von Arane, oberhalb von Wartam. Dann gehen wir mal dorthin. Das ist doch blöd, dass wir dorthin laufen, oder? Bischt allein, Taxi. So, wir sind in den Zirkel. Und wir gehen heute auf jeden Fall mal hinter der Haupt-Quest hinterher. Wenn wir schon weglaufen? Hab ich bekommen, aber nix gut. Gib mir mal was G'scheits. Die Waffe ist das so groß aus. Die Fitsch bin ich. Oh mein Gott. Hast du die Sterne da ausgeschlüpft? Hm hm. Das Sterne ist doch nicht drin. Also, wir sind ja alle Tiere, ist egal, ich mag ja Tiere. Ich brauche Wut. Und ich hängte mich eigentlich nicht vor Tieren. Das sind keine Tiere, das sind Viecher. Bis auf Spinnen. Ich hab ne Spinnenphobie. Das ist nicht normal. Liegt aber daran, wir haben hier, wo wir wohnen, extrem große Spinnen. So, vielleicht schuldig mal, dass wir mal ein Foto von einer Spinne, die ich von mir rausführe. Ich brauche nur Wut. Ich brauche Wut. Ich brauche Wut. Ich brauche nur Wut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier mit einer Riesenspinne kämpfen dürfen. Okay. Warum kriege ich dich schon wieder? Oh Allah, das ist ja okay. Noch nicht bereit. Schuss. Nicht genug Mut. Noch nicht bereit. Die gehen nicht kaputt, Schatz. Die schlüpfen von alleine. Was gibt's da unten? Was gibt's da oben? Weil nach oben geht's klopfen. Man sieht das eckig aus. Ich würde dir helfen, aber ich war's lieber hier. Wir brauchen mehr Zeit. Wir brauchen mehr Zeit. Wir brauchen mehr Zeit. Wenn ihr immer zu mir kam, danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss den Tröhn der meine Herren bedroht. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. Wir brauchen mehr Zeit. 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 Ja, ja. Du kannst doch auf dem Boden, da. Ja, ja. Ach, dann cool. Das dauert auch nicht so lange. Ah, die roten Dinger. Ach so, ich hab ne falsche Tast, die ich mit das so... Das sollte nicht sein. Noch nicht bereit. Diese Kreatur muss sterben. Noch nicht. Nicht genug Zorn. Nur Geduld. Noch nicht bereit. Es geht zu Ende. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ich bin nicht bereit. In der Mitte. Kannst du mal gucken. Einwilzt. willst ich weiß nicht wo das war ach da die waffe gehen wir auf die zweite hand auf den schild vernet musst du vor haupt und gemma links vergleich mal könnte sogar besser sein also 13 16 sein der eine hat 12 15 deine hat 74 stärke aber der hat dafür 96 stärke und du kriegst fast 50 pro treffer mehr erfahrung kriegst du ja nimm den du geh aber auf die zweite hand er auf den schild wieder und kannst ja jetzt nichts anderes nehmen drück mal x der ma bisserl runter versuch mal jemand hoch runter noch mal zwei noch eins nimm mal den was sonst da kannst du nur eine waffe geh mal noch mal links jetzt muss ich mal schauen ich weiß nicht mal was du hattest darf ich mal so ist dann besser dann hast du zwei waffen in der hand die eine waffe ist scheiße so wenn du nur eine tragen kannst die eine waffe ist doch noch nicht nicht legendärer Geh mal. Mann, warum kriegst du immer die geilsten Waffen? Hm, der sieht jetzt schöner. Der ist... ...auf jeden Fall besser. Ich nehm den. Nehm den mal. Und jetzt geh mal auf das rechte Schild. Geh mal runter. Ne, passt. Das ist auf jeden Fall besser, Schatz. Ich will auch solche coolen Waffen. Schlag' ihn mal. Ich weiß nicht, wie stark wir sind. Wenn du Outflug warst, schau dir einen an. Nein. Noch nicht. Ich benötige mehr Zorn. Ich bin der, wo draus wäre. Dünne. Noch nicht bereit. Dünne.